Achtung! Was ist hier los? Das möchte ich auch gern wissen. Die S-33 wird sich mit dem U-Boot treffen und sich als das deutsche Versorgungsboot ausgeben. Wir werden es kapern und die Enigma erbeuten. Runter da! Wir haben sie! Ich hab hier keinen Durchblick! Ihr seht völlig anders aus als bei uns! Wasserbocken! In 60 Sekunden wissen die, wer wir sind. Feuern Sie oder wir gehen draus! Der hitlern war im Bett! In 50 Sekunden finden Sie die Spürknen! Das war die Spürknen des S-33 sind! Er kommt zu einer Ahnung!